Hallo, hier ist Martin von MoineMonkeys. Das ist die Lachsanalyse für nun Freitag, den 5.7.2024. Hier haben wir den Abschluss der ersten Handelswoche im Juli. Unser Bär, der hier auf die Bäume getrieben wurde, hat die Mühe und Nutzung, sich noch an der oberen Flaggenkante festzukrallen. Der Steigewinkel passt auch ganz gut zu unserer Flaggenkante. Dort sind wir jetzt oben drangesprungen und letztendlich hat er das gemacht, was hier ein bisschen favorisiert wurde von den Szenarien, die wir gestern durchgesprochen haben, eben das Ranspringen da oben an den Channel und dann einfach zur Seite rauslaufen, Tagesschluss dann drüber machen, perfekt. Also genau so, hat man gesagt, wäre es typisch, aber haben wir auch gesagt, am Freitag wieder in den Channel 1 fallen, von daher dürfte das jetzt sehr interessant werden, wie es sich denn hier zeigt, also wie aggressiv die Leute eben jetzt auch noch auf der Long-Taste unterwegs sind oder eben nicht. Zum Donnerstag habe ich bestimmt von einigen gehört, die es probiert haben, hier oben mit raus zu platzen. Das hat er nicht bedient, hat schön den Feiertag einfach zur Seite raushängen lassen. Wir hatten auch darüber gesprochen, was passiert, wenn der DAX doch nur zum Feiertag eskalieren sollte. 550, 600 wären die nächsten Ziele auf dem Weg zur 700. 700 ist ja dann hier auf der Ebene quasi die nächste wichtige Hürde im Sinne des Abwärtstrends, der dann hier oben kommt, die Abwärtstrendlinie. Das ist quasi der nächstwichtige Block. Und ja, das heißt, wenn sich unser DAX hier gut macht, hätte durchaus das Potenzial hier in die nächsten Bereiche eben reinzuhutschen. 550, 600, ja, dann haben wir, ja, 580, 600 könnte man sagen. Hier im Taxschluss, das wäre mir noch wichtig, auch mit dem oberen Band zusammen. Also 580 bis 600 sieht erstmal ganz attraktiv aus. Wäre damit ein schönes Anlaufziel zum Freitag, wenn er dann positiv notieren will. Und dann hätte er sich den Abwärtstrend quasi schon in Schlagweite gelegt, wenn er dann wirklich positiv notieren will. Ich setze das wirklich in Klammern und ihr kennt die Analysen, die wir bauen. Wir sagen letztendlich jeden Tag, das kann steigen, das kann fallen. Oder zur Seite, ne? Um das so auf die Spitze zu bringen. Aber wir geben eben immer Bereiche oder markantene Punkte mit, an denen man das abgrenzen kann. Und die sind jetzt hier einfach die 450. Das ist jetzt hier der Weg- und Schaltepunkt. Sollte unser DAX oberhalb rauskommen wollen, dann müsste er jetzt nach oben rausgehen. Im ersten Stoß vielleicht keine Ahnung. Das reicht selbst, wenn es bloß nur 500 ist. 555. Dann von oben einmal zurückkommen und die 500, 470 von oben bestätigen. Oder 460, ja? 564 muss bestätigt werden. Ne, das reicht die 500. Die 460. 460 muss von oben bestätigt werden. Die Flaggenkante liegt bei 465. Also, sagen wir mal 470, 460. Das muss von oben einmal bestätigt werden. 450 ist auch noch okay. Aber der Bereich, der muss von oben einmal bestätigt werden. Diese Kante hier. Und dann muss er sich von oben wieder abstoßen. Und wenn ihm das gelingt, das hochsetzen, abstoßen und dann rausziehen, hält er durchaus das Zeug, wirklich dann in die 600 schon reinzulaufen und dort auch rauszugehen. Oder sogar schon in die 700. Da muss man gucken, wie gut die Amerikaner jetzt drauf sind. Ja, wie viel Zug die haben. Potenzial hätte er. Es sind bloß 200 Punkte. Das kann er an einem Tag schaffen. Also, möglich wäre das, auch wenn ich es eigentlich nicht erwarte. Ich würde eher denken, dass wir uns an die 700 am Montag früh ranstellen. Wenn er denn den Freitag wirklich positiv notiert und hier über der 460 gestanden oder die 460 nach oben gestanden bekommt, bekommt er das aber nicht. Notiert er uns zum Freitag unterhalb von 460, ja? Würde ich ihn und unten raus Raum lassen. Geht er uns auch unter eine 420, kriegen wir sogar ein leichtes erstes Signal nach unten rein, ja? Und wenn wir 420 nach unten verbiegen, dürfte man sogar schon eine 360 und 350 anpeilen. Und dann wäre natürlich zu hinterfragen, wie gut liegt er sich dort dann denn gefangen? Weil das wäre dann wahrscheinlich bloß eine kleine Reaktionsmarke und er würde eher hier in dem Bereich wieder um 362 einlaufen. Das ist dann etwa die Mitte vom Channel, ja? Wenn ihm jetzt hier oben der Ausbruch nicht gelingt, dann wäre das wieder ein Fehlausbruch. Das haben wir hier schon gesehen. Da habt ihr es gesehen. Da haben sie von oben einmal komplett den ganzen Channel durchlaufen. Das kann er auch hier machen, ja? Aber ich würde zumindest das erste Mal mit der Mitte dann kalkulieren, dass man dann nicht überrascht wird, ja? Und so würde ich Kunden sagen, Unterhalb von 420 am Freitag sieht es für mich nicht nach Channel Pro aus, außer er dreht sich wieder um und geht oben drüber. Aber ich würde für alles, was ich longtraden würde wollen, am Freitag würde ich ein Ober 460 gerne haben wollen. Nicht drunter. Darunter wären wir zu anfällig, dass er sich mit der 420 auseinandersetzt und wenn er unter die 420 eben drunter tippt, dann sind 360 wieder dran und dann ist auch die 300 und die 260 dran. Okay? Gut. Dann mache ich hier zu. Webinar machen wir am Sonntag für die Prämien, Leute. 10 bis 12. Ja. Und dann wünsche ich euch gutes Gelenken zum Freitag. Viel Erfolg und alle, die wir nicht noch mal hören, ein schönes Wochenende. Tschüss! 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 Tschüss!